So, wir haben jetzt hier ein Laufdiktat geschrieben. Der junge Bär läuft viel, dann säuft er an einen Bächlein geräuschlos, klettert er auf einen Baum. Nina säubert meine neue Schultasche und trägt sie ins Gebäude. Die sieben Zwerge leben in einem älteren Häuschen. Sie machen gern ein Päuschen. Im Schreibwarengeschäft in der Nähe gibt es viele Zeitungen, einen großen Ständer. Manchmal kaufe ich mir da auch ein Getränk. So, das klingt um L und U. Aber jetzt Platz Deutsch, ne? Hier steht das auch nochmal. Und dann hat die Maus das geschrieben. Und was ich dann für Fehler entdeckt habe, waren halt... Also hier oben war das noch alles okay, ne? Aber dann fing es schon an mit Großschreibung ins Gebäude, was man anfassen kann. Ä, ne? Und hier auch Zwerge, die man anfassen kann. Wird ja auch groß geschrieben. Das müssen wir noch so ein bisschen üben, Großschreibung. Am Anfang auch groß schreiben, ne? Wenn ein Satz wieder anfängt, dass man groß schreibt. Ja, aber trotzdem hat sie es super toll gemacht. Sie hat halt nur fünf Fehler. Und das für diesen riesen Absatz, also da kann sie schon sehr stolz sein, muss ich ganz ehrlich sagen. Hat sie toll gemacht. Ja. Ja. Ja.